Für mich geehrt, dass dich mein Wohlergehen sorgt Dass du dich mega involviert fühlst, merke ich sofort Deine Kritik soll was bewirken und ich hab auch reflektiert Und das Ergebnis daraus ist, dass es mich gar nicht interessiert Seh das Problem nicht, wenn dir das nicht gefällt Es zwingt dich niemand zuzuhören, du bezahlst dir für kein Geld Du könntest einfach weiter scrollen, statt hier lauthals rumzuheulen Jetzt hör mal zu und zwar genau, dass sich Kritik von dir nicht brach